Let's begin to show Yo Leute, zu einer neuen Folge Experiment Wildnis Ich springe da mal hier runter Ich habe einfach mal Lust, super Und es tut mir zwar sehr leid Es könnte ein kleines Problem geben, dass ihr den Kevin hier, genau der hüpft hier Nicht hören werdet, das liegt am Aufnahmeprogramm Das hat ein bisschen, würde ich sagen, ein paar Bugs Und die werde ich nach dieser Folge beheben Da ich da mindestens jetzt drei Stunden ran war und es nicht hingekriegt habe Und ja, sollte das nicht funktionieren, muss ich mir halt ein neues Aufnahmeprogramm holen Ihr könnt mir ja mal gerne in die Kommentare schreiben, welches Aufnahmeprogramm das bessere wäre HDPVR oder GameCapture Ja Und heute Sieht aus wie ein Krüppel hier, guck mal Voll der Krüppel Und heute werden wir mal, denke ich mir mal, erstmal hier diesen hässlichen Baum wegmachen Der hier mitten drin steht, mitten im Weg Und dann mal hinten, wo ich letztens schon dran war Ja, schreit der Autsch hier Ja, mit einer Axt geht es schneller Natürlich könnt ihr auf seinen Channel gehen, um zu hören, was er die ganze Zeit zu mir sagt Falls ihr ihn nicht hört Jetzt sei nicht so abo geil Das ist voll abo geil der Typ Kann auch sein, dass sie dich gar nicht hören Also Das wäre cool, wenn die Das sah gerade so aus, als würde da so ein riesen Block runterfallen So Auf jeden Fall, wie heißt nochmal deine Seite? Irgendwas mit KTV Radio, Germany Gaming Hatte irgendwas Ja, genau Da könnt ihr gerne mal drauf gehen Ja, ich verlinke dich auf jeden Fall Entweder in der Beschreibung oder Oh, guck mal, da oben sind noch ein paar Blöckchen Da ist ein Block So Ich gehe mal schnell da unten Ja Infobox Infobox Da hinten ist ein Schwein Guckt da, genau da oben Hier oben in der Ecke Nein, ich bin kein Schwein Wodka Und zwar jetzt Hat er gesagt Natürlich werde ich ihn auch oben in der Infobox diesmal verlinken Und meine Ja, halt Infokarte Ist ja gut Wodka Ich bommel Mal hier die Treppe weiter Äh, die Brücke Nein Das hört sich schwul an Er hat gesagt Er hat eine Überraschung für euch Aber ich habe nichts gegen Schwule Nicht, dass ihr jetzt meint Äh Ich wäre jetzt schwulenfeindlich Ne, Leute Ich baue mal Ich habe kein Holz mehr Geht ja mal gar nicht Nein Mach scheiß drauf So Ich habe mein Holz Holzi 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 Holz Baht Der kotzt Holz Ja Ja, wenn ich es an Annehmen könnte Ach jetzt Ja, ich habe genug Ist okay Okay Ist gut Ja, Leute Ja, Leute Auf jeden Fall Oben in der Infocard Werde ich seinen Kanal verlinken Meine letzten Videos Zum Beispiel dieses Unboxing Von der GoPro Und ganz natürlich Experiment Wildnis Und ja Bleibt bis zum Ende dran Wir wollen ja Ihnen Seine Überraschung mal sehen Was er Da hat Und ja Ist da ein Viel Spaß beim Zuschauen Okay Okay Ja, da kann ich nichts für Ähm Kannst Ja, du könntest ja Bis da vorne hin Mal das machen Wäre super mit dem Holz Und an den Seiten Hier das schwarze Holz Und der Kevin hört wieder Musik Im Hintergrund Ja Weihnachten ist schon längst Mal Vorbei Okay Also schaut auf jeden Fall Bei ihm mal vorbei Dann hört ihr was Er die ganze Zeit labert Es tut mir echt leid Dass ihr ihn nicht hört Während meiner Aufnahme Vielleicht hört man doch Ganz leise Ja Irgendwie gibt es ein kleines Technisches Problem Würde ich mal dazu behaupten Ja Halt Kacke So Die Brücke haben wir schon mal Jetzt fertig Die haben wir ja in dem Letzte Woche Samstag Samstag Letzte Woche Mittwoch Fertiggestellt Und ja Mittwoch Nicht Samstag Nicht Samstag Ich bin Ich bin ein bisschen Dann Schaut bei ihm Und bei mir vorbei Weil Es sind zweierlei Verschiedene Videos Dann so gesagt Er macht ja irgendeine andere Kacke als ich Zum Beispiel Jetzt geht er nach da Und ich bin hier Und er fängt an zu singen Ich boah mal hier wieder Gitter getäuscht Ja So Habe ich noch Fackeln Ja Ich habe noch eine Fackel Perfekt Fackel 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 Ich bin einfach so gut Hoppala Ich brauche nur eine Hier erstmal hinsetzen Die mal ein bisschen Licht ist Was du da Nimm doch ne Axt Du hattest gerade Eine Spitzhacke Also Ich muss gucken Wie kann man denn Habe ich Könnte ich eine Schaufel machen Ja Und Äh Blöcken Du musst auf die Dings da hinten gehen Da Auf die Workbench Workbench So Dann baue ich jetzt mal hier Ein bisschen Was weg 20 reichen Auf jeden Fall Und zwar haben wir vor Hier auf dieser kleinen Sag ich jetzt mal Insel ist das Wenn es überhaupt eine Insel ist Keine Ahnung Noch nicht erkundet Ein kleines Hotel zu bauen Eines kleines Hotel Eines kleines Hotel Experiment Wildnis Bei mir ist es schon die Fünfte Folge Ich habe zwei alleine gemacht Ohne den Herren Ich brauche Erde Hochhüpfen Deine gehen nur 10 Meine gehen so ungefähr Entweder sind es mal 15 Minuten Oder so Also nicht wundern wenn man mich jetzt Wenn sich das so anhört Als würde ich mit mir selber reden Keine Sorge Leute Ich bin nicht krank Das liegt nur daran Weil mein Aufnahmeprogramm Irgendwelche Spastika hat Ich höre dich Kevin Negativ Du bist auch oben am Bauen So Okay Ich habe hier schon mal ein bisschen Was schöner gemacht Hier ist schon eine Treppe Wo springst du runter Das ist eine Treppe Da springt ich einfach mal runter Hoppala Klingt fest Ich habe schon mal einen getöteten Ja die könntest du ja rein Ja ne Ich wollte irgendwas gemacht haben Leute Ich habe schon Alzheimer glaube ich Ja hier sind genug Bäume die du weg machen konntest Ruhig mal ein bisschen Such dir irgendwo einen da ganz hinten irgendwo aus Am besten die so ganz hoch sind Ja nimm den ruhig Ja und dann Der ist okay Wollen wir mal hier ein bisschen besser machen Weg mit dem scheiß Kies Hier braucht ihr kein Mensch Weg mit dem Kackding Ja kann ich dir machen ein paar Werkzeuge Ja kann ich dir machen ein paar Werkzeuge Ich habe bestimmt Ja ist kein Problem Ja ich gehe dir gleich ein paar Ich mache hier noch schnell diesen Boden Ein Schwein Und so hüpft hier drin Okay Schwein 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 Spider Schwein Spider Schwein Überall gibt es Spider Schweins Leute ich glaube hier raus machen wir eine kleine blaue Lagune Oh ich bin in der Ja Die Blue Lagoon So der Kevin hat hier gesagt wir haben ein Tor Jetzt gehen wir mal gucken Tor 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 Kohle 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 Ja Das sieht doch schon mal gut aus So Und in der nächsten Folge werdet ihr sehen wie die blaue Lagune hier entsteht Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein Wenn es wieder heißt Mittwochs Experiment Wildnis Ciao Leute